Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dr. Jessica Brandt und ich bin Ärztin und arbeite in der Dermatologie. Heute sprechen wir über juckende und schuppende Kopfhaut Teil 2. Ich habe euch ja schon mal im ersten Teil einiges zu den fettigen Kopfhautschuppen erzählt und heute soll es um das Gegenteil gehen, das heißt wirklich um trockene Kopfhaut und trockene Schuppen. Ihr kennt das bestimmt, gerade im Winter kommt es oft dazu, dass die Kopfhaut wie auch der restliche Körper sehr trocken wird. Dann kommt es zu Schuppung. Das Ganze ist natürlich sehr unangenehm, weil zum einen kann zusätzlich auch noch Juckreiz und eine Rötung dazu kommen, zum anderen ist aber auch die Schuppung selbst kosmetisch zerstörend. Ich denke, viele von euch kennen das, gerade wenn man jetzt schwarze Anziehsachen anhat und hat dann immer die Schultern voll Schuppen, ist das natürlich unangenehm und es wirkt auch oft ungepflegt, was natürlich keiner möchte. Wenn der Juckreiz sehr stark ist, dann ist man natürlich auch geneigt, an der Kopfhaut zu kratzen und dann kann es richtig zu offenen Stellen und blutigen Krusten kommen. Der Unterschied zur fettigen Kopfhautschuppung ist, dass ihr die Haare vermutlich nicht so oft waschen müsst. Ihr merkt also, direkt nach dem Haare waschen ist die Kopfhaut erstmal sehr trocken und dann dauert es einige Tage, bis ihr erneut zur Shampooflasche greifen müsst. Bei dieser Art von der Kopfhautschuppung ist das Problem, dass die Talgdrüsen auf dem Kopf zu wenig Talg produzieren. Das heißt genau das Gegenteil von der fettigen Kopfhautschuppung. Dadurch kommt es zur Austrocknung der Kopfhaut und eben zur vermehrten Schuppung. Für trockene Haut und damit auch trockene Kopfhaut gibt es verschiedene Ursachen. Ich habe bereits schon mal ein Video zur trockener Haut im Winter gemacht. Guckt doch hier gerne mal vorbei, wenn ihr weitere Ursachen erfahren möchtet. Beispielsweise kann das genetisch bedingt sein, aber auch im Alter kann es dazu kommen, dass die Kopfhaut eher trockener wird. Was noch wichtig ist, ist, dass es oftmals auch in Verbindung mit bestimmten Hauterkrankungen stehen kann. Das heißt Menschen, die Neurodermitis oder eine Neigung zur Neurodermitis haben, haben oftmals auch vermehrt mit dem Problem zu kämpfen. Und das Ganze kann natürlich auch jahreszeitenabhängig sein. Man sieht, dass dieses Phänomen oftmals in den Wintermonaten auftrifft. Doch was kann man jetzt tun, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Wie ihr euch schon denken könnt, ist die Therapie etwas anders als beim Teil 1 des Videos. Denn hierbei geht es jetzt darum, die Hautschutzbarriere an der Kopfhaut zu schonen und wieder aufzubauen. Auch im Video zur trockener Haut findet ihr eine genaue Erklärung über das Mikrobiom der Haut. Wenn ihr da also nähere Infos wünscht, guckt da gerne nochmal vorbei. Grob gesagt kann man es sich so vorstellen, dass wir auf unserer Haut einen Säureschutzmantel aus guten Bakteriensitzen haben. Und mit jedem Waschen und somit mit jedem Haare waschen, wäscht man diesen Schutzmantel ab. Das heißt, man sollte natürlich versuchen, zum einen das Haare waschen zu reduzieren. Denn je weniger man die Haare wäscht, insbesondere mit Seife, desto mehr schont man das Mikrobiom. Ihr solltet zusätzlich medizinische, pH-hautneutrale Shampoos verwenden. Da gibt es mittlerweile ganz viele verschiedene, die einfach Inhaltsstoffe haben, die die Kopfhaut vermehrt mit Feuchtigkeit versorgen und zum anderen auch den Juckreiz lindern. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Ichthiol, Meersalz und bei starkem Juckreiz Polyducanol. Auch Menthol, was viele von euch vielleicht aus der Zahnpasta kennen, ist nicht nur für die Zähne gut, sondern kann sich auch positiv auf starken Juckreiz an der Kopfhaut auswirken. Wenn ihr euch schon über trockene Haut allgemein informiert habt, dann habt ihr von mir wahrscheinlich schon oft gehört, dass man die Haut gut rückfetten und regelmäßig eincremen sollte. Das kann sich jetzt an der Kopfhaut allerdings etwas schwierig gestalten. Denn wie soll man gerade als Frau mit ausgeprägten Haaren die Kopfhaut einfetten? Dafür gibt es sogenannte Kopfhautliquids. Das heißt, das sind Lösungen, die ähnlich dünnflüssig wie Wasser sind, die man auf die Kopfhaut auftragen kann und die auch wiederum, so wie die Shampoos, Inhaltsstoffe drin haben, die die Hautbarriere stärken und die Kopfhaut beruhigen. Da diese freiverkäuflich sind und ohne Wirkstoffe, kann man die so oft wie notwendig anwenden. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kopfhaut juckt, wenn ihr Beschwerden habt, könnt ihr die auftragen. Lasst euch hierzu am besten in eurer Apotheke vor Ort beraten. Jetzt kann es aber natürlich so sein, dass das Phänomen so ausgeprägt ist, dass es bei euch schon zu einem richtigen Kopfhaut-Eczem gekommen ist. Das heißt, die Haut juckt durchgehend, ist gerötet, ist blutet und ihr bekommt das Problem einfach mit den genannten Tipps nicht mehr in den Griff. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall eine dermatologische Vorstellung. Denn hierbei kann der Hautarzt eben erstmal untersuchen, um was für eine Art von Kopfhaut-Eczem es sich bei euch handelt und kann dann eben auch zielgerichtet eine Lösung aufschreiben, die bei euch zur Besserung führt. Oftmals muss man dann auch kurzzeitig mal zu einer kortisonhaltigen, also wirkstoffhaltigen Lösung greifen. Dann kann sich das Ganze erstmal beruhigen und danach kann man dann eben mit freiverkäuflichen Pflegeprodukten weiterarbeiten. So, das war das zweite Video zum Thema Kopfhautschuppen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch auch ein bisschen weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch kostenfrei meinen YouTube-Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und denkt dran, mit diesem Problem seid ihr nicht alleine. Es gibt ganz viele Menschen, die damit zu kämpfen haben. Also macht euch sprichwörtlich keinen Kopf, wir können das in den Griff bekommen. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und Tschüss!